Hattest du jemand gesehen gestern? Glaub nicht. Hoffentlich nicht. Also, ist mir aber ja auch egal. Mir auch. Also, ja? Boah, Digga, ich darf da gar nicht hingucken, ne? Ist besser, ich schau da nicht hin. Denkst du, der küsst dich nochmal, Digga? Nein, mach doch nicht hier, was soll das? Ist schlimm mit dir, ehrlich. Was denn? Na, immer diese Knutschgefahr hier. Ich hoffe, es geht nicht nur ums Knutschen. Nein. Hm? Nein. Sag, du bist wohlfütz. Tja. Ist so. Ja. Freut mich. Ach, Scheiße. Nee, können wir nicht machen. Die Luft hat wieder so gebrannt. Vielleicht hat man es bis nach Deutschland gemerkt. Ich weiß es nicht. Bist du abgefuckt? Ja, das nervt mich schon ein bisschen. Weil er ist schon so aggressiv, weißt du? Ja? Komm her. Das hat mich jetzt schon gekratzt und jetzt kratzt mich auch wieder. Bin ich ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, kann man nicht machen. Aber manchmal ist es ja schon das, was ich dann kurz brauche. noch mal kurz bei ihm in der Nähe sein. Ich suche als Bachelorette meinen Traummann. Und ihr bestimmt das nächste Video. Falls ihr den Abo-Button sucht, findet ihr den hier. Hier könnt ihr ganz einfach den Kanal abonnieren. Und ganze Folgen gibt's übrigens hier auf RTL Plus. Und ganze Folgen gibt's übrigens hier auf RTL Plus.